Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute mal aus einer ganz anderen Perspektive. Es ist auch schon abends um halb sieben, glaube ich. Also es kann sein, dass die Lichtverhältnisse hier leider nicht so toll sind. Ja, heute war richtig schönes Wetter. Wir hatten heute das erste Mal so richtig schönen, ja, wie wenn Frühling wäre eben. Und deshalb habe ich natürlich den Nachmittag mit den Kindern verbracht. Aber ich habe hier noch eine riesen Partybestellung und die möchte ich gerne mit euch zusammen auspacken, aber tatsächlich relativ im Schnelldurchlauf. Das heißt, ich werde euch nur die Sachen ein bisschen genauer zeigen, wo ich denke, ah, da wäre noch die Möglichkeit, dass ihr nochmal zuschlagt. Denn ihr wisst ja, uns verlassen jetzt am 28. Februar sehr viele Produkte und ihr könnt den Monat einfach noch sparen, weil wir keine Rabatte haben. Ja, ich habe heute auch angefangen, den ersten Schwung, die liegen alle hier hinten, den ersten Schwung Kataloge fertig zu machen. Das sind jetzt, glaube ich, die ersten 50. Ich habe hier hinten den ganzen Stapel und hier stehen auch schon Bestellungen. Und ja, jetzt geht es in die nächste Runde. Ich schmelze hier gerade die nächsten Duftproben. Und ja, da habe ich mich eindeutig total vertan. Also ich habe viel zu wenige. Ich glaube, die Kataloge mit den Duftproben, die ich jetzt fertig habe, das reicht gerade für die Bestellungen, die ich jetzt da habe. Genau, ihr habt immer die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben. Wenn ihr auch einen neuen Katalog haben möchtet, dann mache ich euch sehr gerne einen fertig und komme da zu euch nach Hause. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir gleich an. Ich habe natürlich wieder kein Messer. So, das ist das Ergebnis einer WhatsApp-Party, die ich Anfang Februar hatte. Und die haben sich natürlich auch alle gefreut, dass sie ein bisschen sparen konnten. Und meine Gastgeberin hat sich gefreut, weil sie sich tolle Prämien aussuchen konnte. Ich glaube, sie hat eine Gutschrift von knapp 50 Euro. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Das Tolle ist ja, bei Sensi wir haben ein super Prämiensystem. Das heißt, ihr bekommt, nicht wie es bei manchen anderen Vertrieben ist, da gibt es ja dann den Monat, bekommt ihr das umsonst, den Monat bekommt ihr das als Gastgebergeschenk. Sondern ihr bekommt bei Sensi eine Gutschrift und könnt die fast auf das ganze Sortiment einlösen. Und ihr habt dazu, sobald ihr quasi in der Höhe seid, wo ihr eine Gutschrift bekommt, habt ihr immer noch mindestens ein Produkt nach Wahl zum halben Preis. Also es lohnt sich wirklich. Und ich habe euch das auch schon oft erzählt. Ihr könnt bei mir eine Party buchen, egal woher ihr kommt. Ich liebe WhatsApp-Partys. Das ist voll mein Ding. Und ich arbeite da auch mit Partypäckchen, Dufttester-Taschen, Testlampen. Also das heißt, auch wenn ihr 500 Kilometer von mir entfernt seid und bucht eine WhatsApp-Party bei mir, habt ihr die Möglichkeit, Sensi trotzdem mit allen Sinnen zu erleben. Genau. Die WhatsApp-Partys, die ich aktuell habe, die sind sogar hier bei mir in der Nähe. Aber die mögen das halt einfach so. Und deswegen machen wir das so. So, jetzt fangen wir einfach mal an. Ich muss jetzt bloß mal gucken, wie ich mich hier hinsetze. Jetzt kriege ich, glaube ich, einen Krampf in die Knie. Das Problem ist, dass mein Büro einfach komplett voll ist. Deswegen sitze ich heute auch nicht am Schreibtisch. Denn da, wie gesagt, gieße ich gerade die Duftproben. Hier stehen fertige Bestellungen. Da stehen auch Bestellungen. Und deswegen sitze ich jetzt einfach hier, weil ich sonst nicht mehr weiß, wohin. Also, mit was fangen wir an? Wir haben Duftblumen. Genau. Meine Gastgeberin hat sich ein Dreierpack Duftblumen ausgesucht. Hat sie es zum halben Preis genommen oder als Prämie. Ist ja auch egal. Sie hat die entweder gratis bekommen oder zum halbpreis. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und zwar sind das alles Duftblumen in der Duftrichtung Cozy Cardigan. Das ist übrigens auch einer meiner Lieblingsdüfte. Das heißt, wenn ihr noch eine gute Duftblume sucht, die auch ein bisschen intensiver duftet, dann wählt Cozy Cardigan oder Fluffy Fleece. Ist auch mega gut. Und gibt es den Monat 20% Rabatt. Denn Fluffy Fleece und auch Cozy Cardigan verlässt uns jetzt Ende des Monats. Und wenn ihr gleich drei Stück nehmt, dann ist das ein Sparangebot und dann spart ihr nochmal ein bisschen mehr. Genau. Ihr wisst ja, Duftblumen kann man super gut verschenken. Oder natürlich auch selber behalten. So, schauen wir gleich mal weiter. Ich weiß gar nicht, wo ich weitermache. Ich muss mich doch anders hinsetzen. So, wir haben hier einmal die Wiffbox. Logischerweise die Wiffbox des Monats Februar. Auch die hat sich meine Gastgeberin genommen. Allerdings hat sie die ganz normal gezahlt. Denn die Wiffbox könnt ihr nicht als Prämie nehmen. Aber ihr habt die Möglichkeit, dass ihr die Wiffbox zum halben Preis bekommt. Und zwar über den Sensi Club. Meine Wiffbox zum Beispiel kommt immer mit meinem Sensi Club und dann kriege ich die zum halben Preis. Der Inhalt der Wiffbox. Ich habe schon ein Video hochgeladen. Das heißt, wenn euch interessiert, was in der Wiffbox diesen Monat drin ist, dann könnt ihr mal in meinen vorherigen Videos schauen. Da findet ihr das. Das kann ich euch auf jeden Fall den Monat empfehlen. Vor allem auch für die Sensi Neulinge. Das heißt, wenn ihr Sensi noch gar nicht kennt und noch gar nicht hattet, dann ist die Wiffbox optimal für den Sensi Start. Da ist alles dabei, was ihr braucht. So, dann haben wir zweimal Wäscheduft in der Duftrichtung Fluffy Fleece. Der bleibt uns Gott sei Dank erhalten, aber uns verlassen viele Wäschedüfte. Unter anderem Clothesline, mein Lieblingsduft. Und ich glaube, mittlerweile ist er ausverkauft. Und auch Luna geht als Wäscheduft. Ist, glaube ich, auch ausverkauft. Ihr wisst ja, die Auslaufprodukte, das heißt, die, die es nur noch diesen Monat gibt, da gilt wirklich, solange der Vorrat reicht. Und wenn der Bestand verkauft ist, dann ist es weg. Deswegen, ihr wisst, ich verlinke euch ja meine Website immer in der Infobox. Oder ich blende sie euch auch rein und rein ein. Und wenn ihr in die Kategorie Sonderangebote geht, findet ihr eine Rubrik, die nennt sich Letzte Chance. Und da findet ihr alle Sachen, die ihr nur noch diesen Monat bekommt. Und da gibt es auch nicht nur 10% Rabatt, sondern 20 bis 30. Also schaut da auf jeden Fall nochmal vorbei. So, dann haben wir hier ein paar Sachen, um die es mir sehr leid tut. Der ein oder andere kann es wahrscheinlich für euch schon nicht mehr hören, weil ich habe es einfach schon zu oft gesagt. Aber ich finde, man kann es nicht oft genug sagen, unser Badesalz verlässt uns. Und ja, ich habe mir selber auch nochmal was bestellt, weil ich unser Badesalz einfach liebe. Und für mich gibt es auch keine Alternative. Wir nutzen das alle. Also unsere komplette Familie badet mit Sensi. Und das ist für mich einfach das beste Badesalz, was es gibt. Abgesehen von dem super Sensi-Duft ist es einfach wahnsinnig pflegend. Und für alle, die der Preis abschreckt. Ich habe das mal verglichen letztens für ein Teamtraining. Ihr zahlt hier regulär 17 Euro für ein Kilo. Oder fast ein Kilo. Es ist ja reduziert diesen Monat. Aber ich glaube, um die 15 Euro zahlt ihr aktuell. Es gibt sogar welche für 13 Euro. Und wenn ihr das runterrechnet, ich habe das mal wirklich verglichen, da wurde es mir ganz anders, weil ich mal geguckt habe online, was diese Portionsbeutelchen kosten, die man im Drogeriemarkt bekommt. Und da ist mir teilweise der Mund offen stehen geblieben. Also da kommt ihr da mit teilweise vergünstig davon. Und wie gesagt, ich liebe das. Das ist einfach, wenn ihr was für euch sucht, wo ihr euch was Gutes tun könnt, einfach so ein bisschen Wellness für zu Hause. Holt euch Badesalz, deckt euch mit Badesalz ein. Wie gesagt, die Zeit läuft uns davon. Es sind nur noch wenige Tage. Wir haben zwar die Info von Sensi, dass wir diese Produkte zwischendrin irgendwann mal bekommen werden, quasi als Specials. Aber es kann uns keiner sagen, wann. Ob das noch dieses Jahr ist. Ob das 2025 ist, es weiß niemand. Und es weiß natürlich auch keiner, welche Düfte da kommen. Ob überhaupt nochmal so ein Bestseller kommt, die Schimmer. Da haben wir es nochmal. Also das wurde zweimal bestellt. Ist übrigens ein richtig toller Duft. Der hat einfach eine tolle Parfümnote. Und ich mag den auch sehr gerne als Badesalz. Finde ich den super toll, super angenehm. Und wir haben hier auch die Handseife passend dazu. Auch in der Duftrichtung Schimmer. Handcreme natürlich. Aber hier die Handseife. Und das Duschgel. Und wenn ihr jetzt sagt, ach perfekt, ich möchte diese ganzen vier Produkte haben. Das heißt Duschgel, Handseife, Handcreme und Badesalz. Dann könnt ihr euch das sogenannte Feuchtigkeits-Metlay kaufen. Findet ihr auch unter dem Begriff. Oder eben unter Kombinieren und Sparen. Und dann spart ihr 12,75 Euro. Das heißt, die Handseife ist geschenkt. Und das ist mega. Also ihr kommt mit dem Set extrem lange aus. Ich erzähle das immer und immer wieder. Aber ich finde, man muss es auch einfach immer wieder sagen. Unsere Produkte sind so hoch konzentriert, dass ihr davon einfach nur so wenig braucht, dass ihr ewig lang damit auskommt. Und die sind einfach ihr Geld wert. Man muss es einfach so sagen. So, und dann haben wir hier noch einmal eine Handcreme in der Duftrichtung Luna. Und die Handseife und das Duschgel in Mega Splash. Denn wenn ihr euch diese Kombi kauft aus Bodyprodukten, dann müsst ihr nicht die gleichen Düfte nehmen, sondern ihr könnt kombinieren. Das heißt, ihr könnt jedes Produkt in einem anderen Duft nehmen und könnt trotzdem dieses Kombi-Angebot kaufen. Und das lege ich euch jetzt allen nochmal ans Herz. Denn das kostet eigentlich 42,50 Euro. Und da ist, wie gesagt, diese Handseife schon gratis. Und ihr kriegt aber nochmal 10% obendrauf diesen Monat. Und das gibt es einfach so gut wie nie. Und ihr könnt auch gar nichts falsch machen. Wie gesagt, das sind super Produkte. Und jeder, der die einmal hatte, der liebt sie. So, dann haben wir zweimal Körperspray, also Bodyspray, in der Duftrichtung Watermelon Tangerine. Das ist ja der Sommerduft schlechthin. Ich liebe den auch total als Duftwachs. Und auch das Körperspray verlässt uns. Also von den Pflegeprodukten geht ja das Badesalz, das Körperspray und das Zuckerpeeling. Alles nur noch diesen Monat erhältlich. So, dann haben wir hier einmal die Duftlampe Time to Reflect. Auch auf die gibt es 10% den Monat. Und bei den großen Duftlampen machen 10% schon gut was her. Eigentlich ist meine letzte Sammelbestellung auch schon durch. Aber wie es so ist, immer wenn man dann bestellt hat, kommt nochmal was rein. Und ich habe auch noch einen Partyabschluss diesen Monat. Das heißt, wenn ihr jetzt das Video seht und denkt, oh, ich möchte nochmal was haben, dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Aber ihr könnt natürlich auch jederzeit direkt über meine Website bestellen. Dann bekommt ihr die Sachen direkt nach Hause geschickt. Geht natürlich auch ein bisschen schneller, denn ihr seht, wenn die Sachen zu mir kommen, dann muss ich erstmal auspacken, sortieren, umpacken. Und so, wie gesagt, wird es von Sensi zu euch geliefert. Aber auch wenn ihr über meine Website bestellt, ihr bekommt immer von mir eine Happy Mail. Meine Website-Besteller, die wissen das. Denn ich möchte ja auch, dass ihr dann, gerade auch wenn ihr zum ersten Mal bestellt, einen Katalog habt, meine Kontaktdaten habt und natürlich einfach ein bisschen was zum Schnuppern. Genau. So, und dann haben wir noch einmal die Duftlampe des Monats Februar. Da habe ich euch auch ein Video hochgeladen. Ich liebe diese Lampe. Ich blende die euch mal ein, weil die so wunderschön ist. Und das ist jetzt keine, die irgendwie im Sortiment ist, sondern das ist, wie gesagt, unsere Monatslampe. Und die gibt es eigentlich immer nur im jeweiligen Monat. Und da bekommt ihr auch 10% Rabatt drauf. So, jetzt haben wir die großen Sachen schon. Jetzt haben wir hier noch unseren kleinen Karton. Da wisst ihr ja, das sind in der Regel die Bars drin und die kleinen Sachen. Und dann bin ich ja auch relativ schnell heute. Wir sind bei 13 Minuten. Diejenigen, die meine Videos kennen, die wissen, dass ich mich eigentlich immer total verquatsche. Und dann bin ich immer gleich bei einer halben Stunde. Aber das Problem ist, dass ich diese Bestellung heute noch komplett verpacken möchte. Und ich muss noch eine Ration Duftproben machen und Kataloge machen. Kataloge machen, Kataloge bekleben. Denn ich möchte einfach, dass jeder pünktlich zum neuen Saisonstart sein Katalog zu Hause hat. Und die Partybestellung hier, die hat jetzt auch von der Lieferzeit her relativ lang gewartet. Und deswegen möchte ich einfach nicht, dass die Leute noch länger auf ihre Sachen warten wollen. Das sind alles so Dinge, die gehören für mich persönlich zum Kundenservice dazu. Und das finde ich einfach wichtig. Dass man da ein bisschen... Und deswegen geht es hier halt heute ein bisschen länger. In der Regel arbeite ich ja immer nur vormittags im Büro. Aber wir haben ja auch Faschingsferien im Moment. Und deswegen muss ich mich da einfach ein bisschen nach meinen Kindern ja logischerweise richten. Aber da muss man wieder sagen, das ist ja das Tolle an Sensi. Weil wenn ich jetzt im Angestelltenverhältnis wäre, was mit fünf Kindern sowieso total schlecht ist. Mein zweitjüngster hat zum Beispiel um 11 Uhr Schule aus. Also da könnt ihr euch ausrechnen, wie lange man da arbeiten kann. Ich habe mit drei Kindern tatsächlich noch Vollzeit gearbeitet. Und habe dann, ja, als der fünfte da war, mit Sensi angefangen. Und es gibt so viele Situationen, wo ich mir denke, ich kann so froh sein. Weil, ja, man hat diesen Luxus eigentlich kaum, dass man sagen kann, jetzt höre ich auf zu arbeiten, ich mache heute Abend weiter. Oder heute arbeite ich gar nicht. Oder heute ist mein Kind krank und braucht mich. Und man muss sich einfach niemandem erklären. Aber andersrum ist man auch selber verantwortlich, dass das Geschäft ins Rollen kommt. Und dass es natürlich auch dauerhaft funktioniert. Und da steckt eben harte Arbeit dran. Also ich habe das letztens mal in einem Video angesprochen, weil ich halt immer wieder sehe, wie Vertriebe geworben werden. Und das ist einfach absolut falsch. Es stimmt einfach nicht. Also man glaubt, man glaubt tatsächlich nicht, wie viel Arbeit da teilweise dahinter steckt. Man denkt sich dann, die mit ihren Luftlampen und die mit ihrem Duftwachs. Aber was es tatsächlich alles ist, was da im Hintergrund alles gearbeitet wird, da zeige ich ja eigentlich immer nur einen Bruchteil. Also ich versuche euch ja wirklich auf Instagram, auf Facebook viel mitzunehmen. Aber auch das sind nur Bruchteile. Also ich filme mich jetzt zum Beispiel nicht, wenn ich meine Buchhaltung mache oder so. Und ja, es ist Arbeit. Aber jetzt seht ihr schon, jetzt ist die Viertelstunde voll und ich komme schon wieder voll vom Thema ab. Denn wir sind ja bei dieser Partybestellung. Und mit der machen wir zwei da. Also meine Kunden oder meine Gäste, die da dabei waren, man sieht es, die sind absolute K-Bar-Fans. Ich wusste jetzt ehrlich gesagt gar nicht, dass die so viele bestellt haben. Aber scheinbar ist es so. So viele K-Bars bestellt worden. Ich bin gerade selber bestellt. Also ich weiß ja, ich weiß ja, dass sie K-Bars lieben. Okay, wir gehen die einfach mal durch. Ich muss dann mal meine Bestellscheine kontrollieren. Aber doch, ich glaube, das stimmt schon. Also wir haben hier einmal einen K-Bar in der Duftrichtung Luna. Für alle, die das jetzt nicht kennen, das sind Autodüfte. Ich muss meine auch mal wieder wechseln. Dann haben wir einmal Clean Breeze. Dann haben wir nochmal Luna. Dann haben wir Cozy Cardigan. Auch der verlässt das Sortiment. Also alles in der Duftrichtung. Cozy Cardigan gibt es nur noch bis 28 Cent Zoten. Dann haben wir Black Raspberry Vanilla. Amazon Rain. Nochmal zweimal Cozy Cardigan. Opal Flowers und GoGo Mango für alle, die schon auf Sommer sind. Das ist mein persönlicher Sommerfavorit fürs Auto. So, dann haben wir Duftpots. Das heißt, für unsere Duftventilatoren haben wir. Ich bin wieder von meinen Nachrichten abgelenkt. Einmal Luna. Unsere Duftpots, die kommen immer im Doppelpack und könnt ihr in den Sinsigo, in den Ventilator für die Steckdose packen. Dann haben wir zweimal Cozy Cardigan. Ihr seht schon, was hier einfach ein Lieblingsduft, ein beliebter Duft ist. Der ist aber auch super schön. Das ist so ein richtig gemütlicher, flauschiger Duft mit so einer schönen Parfümnote. Und ich finde, der macht einfach das Zuhause gemütlich. Also das ist ein richtig schöner Duft. Und ich packe den auch immer ins Abo. Das heißt, ich habe den im Abo drin und dann bekomme ich den immer zweimal. Und dann gehe ich immer davon aus, dass der im Herbst, Winter zurückkommt. Aber wir wissen es eben nie. Wir wissen nie, welche Düfte wiederkommen. Man hat immer so Vermutungen. Und man geht auch davon aus, dass die Bestseller nicht aus dem Sortiment genommen werden. Aber wir wissen es eben nicht. Und dafür habt ihr den Sensi Club. Da könnt ihr euch aber auch keine Duftpots sichern, sondern wirklich nur Bars. Und hier könnt ihr euch mit 20% Rabatt aktuell noch eindecken. So, wir sind fast durch. Wir haben jetzt noch ein paar Bars. Die zeige ich euch jetzt noch schnell und dann kann ich hier auch schon verpacken. Und zwar haben wir einmal Huckleberry Sage. Das ist einer der Bring Back My Bar Düfte. Da haben wir übrigens noch mehr hier drin. Die gibt es auch nur noch jetzt bis Ende Februar. Und da ist auch schon der ein oder andere ausverkauft. Und sogar auf die gibt es Prozente. Das gibt es eigentlich so nicht. Und zwar einmal Cashmere Peer White Tea and Cactus. Ihr seht das gar nicht noch, weil das hier so blendet. Pineapple Rose. Das war der Duft des Monats Januar. Genau, wenn da immer Restbestände noch da sind, dann kann man die noch kaufen. Aber wie gesagt, die sind dann auch irgendwann weg. Dann haben wir einmal Windows Will Breeze. Wenn ihr möchtet, dass euer Haus duftet, als hättet ihr Wäsche gewaschen und die wäre überall im Haus verteilt, dann kauft euch Duftwachs wie Windows Will Breeze. Also dann duftet einfach euer komplettes Haus danach. Dann haben wir hier Very Merry Cranberry. Für alle, die sich noch ein bisschen mit den weihnachtlichen Düften eindecken wollen. Dann haben wir Grapefruit Orange und Strawberry Swirl. Auch die sind Bring Back My Bar. Und auch der Jusu Dragon. Sehe ich auch hier gerade. Dann haben wir, wen wundert's, zweimal den Bar Cozy Cardigan. Dann haben wir Luna. Das ist übrigens der absolute Bestseller. Luna ist der meistverkaufteste Bar oder Duft überhaupt. Also wir haben da auf der World Tour Zahlen gesehen. Und ich glaube, Luna war auch 2021 schon der meistverkaufteste Duft. Und 2022 auch noch. So. Dann haben wir Clean Breeze. Also das ist auch so ein sauberer Wäscheduft wie Windows Will Breeze. Und Clean Breeze mag ich persönlich in manchen Situationen sehr gern. Also ich mag den zum Beispiel als Carbar sehr gern. Oder als Duftpott. Entweder fürs Bad oder auch fürs Auto. Oder auch als Wachs, wenn man eine Duftlampe im Bad hat. Also ich finde, das ist einfach ein wahnsinnig sauberer Duft. Ein wahnsinnig frischer. Also das ist einfach frische, saubere Luft. So, so, ja. Der ist einfach, wenn ihr... Ich rede mich wieder im Kopf und gerade. Wenn ihr auf das saubere, frische steht, dann ist Clean Breeze euer Duft. So, dann haben wir Sea Salt und Avocado. Baked Apple Pie. Auch noch einer aus dem Bring Back My Bath. Schimmer. Habt ihr gerade schon bei den Body Produkten gesehen. Das heißt, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel entscheidet, dass ihr euch so eine Body Kombi kauft, dann kauft euch noch das Wachs in der Duftrichtung Schimmer dazu. Dann könnt ihr euch den passenden Duft beim Verwöhnen im Badezimmer an die Lampe machen. Ich finde ihn super. Ich finde ihn toll. So, und als letztes haben wir auch einen Duft, der das Orgiment jetzt verlässt. Das heißt, 20% Rabatt. Und zwar ist das White Amber in Silk. Das ist auch ein ganz toller Duft. Also der ist irgendwie... Kann ich ganz schlecht beschreiben, aber ich mag den. Obwohl ich ja eigentlich so der fruchtig-süße Typ bin. Aber der hat was. Der ist echt toll. Und ich bin sogar am überlegen, ob ich auch den ins Abo packe. Aber ich muss immer ein bisschen gucken, weil mein Abo ist so ein bisschen am explodieren. Ja, aber das sind halt einfach meine absoluten Wachs-Lieblinge. So, jetzt habe ich hier einen Stapel mit Produkten vor mir stehen. Wie gesagt, das war ein Schnelldurchlauf. 21 Minuten. Bis ich jetzt fertig bin, sind wir vielleicht bei 23. Aber für meine Verhältnisse war das jetzt echt schnell. Ich hätte wahrscheinlich die doppelte Zeit zu den Produkten reden können. Aber wie gesagt, meine Kinder haben mir eine Stunde Zeit gegeben. Und in der einen Stunde habe ich das Video gedreht und möchte jetzt die Sachen natürlich auch noch verpacken. Dann kann ich die nämlich morgen ausliefern. Und dann ist der nächste Schwung weg. Kommt eine Katze. Insofern sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns dann im nächsten Video wieder.